Und da spielen wir heute. Oh mein Gott! Nein! Jo, es geht Freunde, es ist der Boy Tee hier. Heute wäre mit einer neuen Basketball Challenge. Und da spielen wir 2 gegen 2, aber nicht auf normalen Köppen, sondern auf kleinen Köppen. Natürlich ist das Ziel der Challenge, dass wir viel danken, da der Korb niedrig ist. Und um euch zu zeigen, wie niedrig der Korb ist, zeige ich euch jetzt mal einfach einen Dank. Wasst du? Oooo! 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 Bruh! Was denn, was das haben? In der Richtung. Dann macht er mal rein in der Hals. Alter, hier ist es doch. Ey, machen wir jetzt eine richtige Checkliste? Ja. Wauw! 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 Oh yeah! Hey! Hey! Pustier! Pustier! Ich brauche hier! Ich brauche hier! Hey! Ich möchte mal wieder die anderen greifen. Okay! Keine Oberbahn. Echt? Nope! Oh! Oh! Oh hell no! You're right. That's the fifth floor problem. Not in my house! Ha 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 ha! I'm Michael Jordan. Stop it. Get some help. Hey! I'm Michael Jordan. Stop it. Hey! Oh! 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 Sit the fuck down. Oh my... Let's go! Oh! Oh my god! Easy! Hey! 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 Oh nein! Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Bei mir ist das so ein Händler. Das ist ein Schiff. Neun. Das ist ein Schiff. Ja, das ist ein Schiff. Das ist ein Ne운. Das ist ein Schiff. Das ist eine Schiff. Deuts夠. Spass zurück. Das war's für heute. Und... Ich geh jetzt nur mehr quitt. So Leute, ich hoffe, ihr habt alle Spaß bei dem Video gehabt. Wenn das euch gefallen hat, dann liked es doch mal. Das heißt dann, dass in Zukunft wieder mehr Basketball-Videos kommen. Ab nächster Woche bin ich wieder in Düsseldorf. Das heißt, es kommen wieder Videos mit den Rotato's. Und dann soll es dann allen noch einen schönen Tag und tschau.